Wir hätten jetzt noch ein Dreier-Team, glaub ich. Oder ein Vierer? Keine Ahnung. Ähm, du weißt mit wem du hier spielst. Achso, achso. Oh ja, da. Lass uns mal töten gehen. Juuu. Jaaaa. Juuu. Töten, 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 töten. Wie viele da sind, Alter. Hallo Leute und willkommen schon in der Runde Hello. Hallo. Nein, das ist Ari. Aber ich verarsche, wo ist sie überhaupt? Ich seh sie gar nicht. Hier, rechts von dir. Na, hi. Hi, na? Lass mal versuchen. Direkt. Direkt? Ich mach einen Druck hier und hab dann so eine Bia-Axt und so'n Zeug. Finde ich ganz cool eigentlich. Ja, ich nicht. Ja, wo bist du denn? Runtergesprungen? Gehst du Richtung Turm, Richtung Haus? Da bist du, ich gehst Richtung Turm. Ich bin beim Turm. Okay, ich komm dir nach. Ich brauch ne Waffe. Äh, ich hab ne, ich geb dir gleich die Dia-Axt. Nein, Mann. Warte. Wo bist du denn? Musst töten, hab gleich tot. Ich seh dich, hey. Hey, Ari, hey, 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 Ari. Okay, er hatte nichts, das ist traurig. So, hier, dann nehm ich das und hier hast du Schuhe. Ach, du hast Schuhe. Okay. So. Okay, warst du schon im Turm? Ne. Das ist immer relativ viel... Aber lass mal Leute töten gehen. Töten? Ich hab aber so wenig Rüstung zu töten. Ja, hinten, da hinten, da sind drei Leute. Ja. Hä, wo hinten? Ich hab dich schon wieder verloren. Okay, ich seh schon, wurde getötet. Wir in der Mitte. Mitte? Auf diesem Marktplatz, oder was? Ne, wirklich in der Mitte, beim Wasser. Okay. Ach so. Ah ja, okay, da kommt einer mit Holzachs angeschwommen. Seh ich gerade. Äh, das ist Crafter gerade. Ich verfolge gerade einen. Ich laufe schon. Komm mir hinterher. Ich, ich, ich. Ah, ich will den töten. Ah, okay. Ich, äh, komme glaube ich in deine Richtung, wie aber auch Crafter Girl. Also, Vorsicht. Vorsicht, 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 Vorsicht. Von zwei Seiten kommt jemand. Sehr schön. Okay. Okay. Da hab ich alle geholt. Warte mal, äh, hier bitte schön. So, komm, wir gehen mal Equip aufteilen. Warte mal, äh, hier bitte schön. Auf jeden Fall. Da sind wir dabei. Also du. Ich hab am Anfang einen Nicht-Equip getötet. Ich bin stolz. Ich bin übrigens gerade mit einer 1.7er Version. Das seht ihr daran, wenn das Block hinten viel besser funktioniert. Und das 12. So. Das funktioniert besser? Alles funktioniert mit der 1.7 besser. Ja. Hab ich das Gefühl. Ja. Ja, okay. Kann vielleicht auch Einbildung sein, weißt du? Ja, weil man... Der Typ, der ist sehr gut equipped. Äh, ich bin ein Stück weiter hinten. Weil ich hängen geblieben bin, also. Ja, ja, und... Ja. Pass auf, der ist gut. Nein. Er rennt weg. Vor mir. Einen Hit konnte ich... Wunderbärchen. Der fliegt einfach. Verdammt. Der müsste gleich down sein. Ja, ich versuch mal von oben gleich. Okay, von oben ist immer blöd, aber... Warte. Kann ich dich pushen? Push mich. Habe ihn. Sehr schön. Wir haben voll gepusht, weil das war eigentlich voll lame. Aber wir haben es zu dem alles eisen anders. War es lame? Das ist halt Teamwork, okay? Ja, wir sind halt in Teams erlaubt. Trotzdem... Okay. Dafür habe ich am Anfang die ganzen Leute da gekillt. Ja, eben. So, jetzt weiß ich nicht, wo du hingerannt bist. Wahrscheinlich zu dem... Okay. Da hätten jetzt noch ein Dreier-Team, glaube ich. Oder ein Vierer? Keine Ahnung. Ähm. Du weißt, mit wem du hier spielst. Hast du, hast du... Oh ja, da. Lass uns mal töten gehen. Juhu. Juhu. Töten, töten, töten. Wie viele da sind, Alter. Oh ne, das... Ich werde sterben. Ey, vier Leute einfach. Richtig kurz. Das sind wahrscheinlich zwei Zweier-Teams, die sich halt verjagen. Verfolgen. Ich will mitmachen. Okay. Das kommt wieder zwischengleich. Das wird lustig. Ich, ich, ich will den mit Gold... Okay. Oh, ich hab dich gehauen. Tut mir leid. Bleib stehen. Ich hab dich gepusht. Weiter. Los. Ich mach den ein. Hab ich Pfeiler? Nein. Okay. Yay. Wir haben alle Ease weg, dann okay. Ähm. Ja gut, ne. Alles raus. Alles raus. Sommerschlussverkauf. So. Du weißt, dass nur noch wir über sind. Oh. Ja, wollen wir uns töten, oder was? An der DM-Arena töten wir uns. Ja. Gut, das war ne knackige kurze Runde des Survival Games. Wenn ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, schreib's in die Kommentare. Und wir sehen's in einer anderen Folge des Survival Games auf jeden Fall wieder. Ähm, ja, SK lade ich immer nur folgenweise hoch. Also, weiß man ja eigentlich, ne? Eine Runde SK lade ich immer hoch, so. Ja? Kennst du? Kennst du? Kenn ich, kenn ich. Kennst du? Ja. Genau. Gut. Nein. Ich flieg's nur noch. Yes. GG. Wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. GG. Also, das war richtig gut. Wir waren einfach Profis. Ja. Muss man schreiben. Ich würd halt sagen, so. Lel. 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 Warum Lel? Okay. Ich weiß nicht. Vielleicht war's lustig. Immerhin sind wir keine Häkler. Okay. Bis zur nächsten Folge und so tschüss. 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 Tschüss.